hallo ihr lieben fange immer wieder hallo ihr lieben an bis mir was anderes einfällt brille richten ich sitze schön bh ist nicht zu sehen also heute würde ihr euch gerne die jutta bücker vorstellen eine ganz außergewöhnliche designerin sie hat schon für wirklich etliche große wollhersteller designt viele viele sachen schon gemacht und wir haben wirklich das glück dass die jutta bücker für unsere west yorker spinners wolle garn sie ist verliebt in den tweet in the crowd ich zeige euch erstmal in rechts und links von mir und im hintergrund sind modelle von ihr es ist wirklich sie hat ganz einfache muster im grunde genommen es ist also wirklich für anfänger geeignet also juttas anleitung sind wirklich einfach zu verstehen reihe für reihe für reihe erklärt sie wie wie es passieren muss ob es klar rechts oder links juttas vorteil ist muss ich sagen sie macht so witzige farbkombination wo ich sagen würde die hätte ich nicht zusammen gemacht aber wenn sie verstrickt sind sieht es absolut witzig aus poppig sie hat extra ein anleitungsheft mit unseren garen das zeige ich euch jetzt ich zeige euch erstmal die wolle die sie benutzt ist auch unter anderem ich habe sehr viele lieblings wollen aber so kropft ist auch einer meiner lieblings garn alle farben wirklich die zusammen passen besonders mag ich die tweets das ist von der farben fröhlichkeit wirklich gegeben die passende farben in uni sind auch immer dabei also wenn ich das jetzt dran halte sind dass die farben die hervorragend zusammen kombinieren und das hat jutta auch begeistert deshalb tweet the croft the tweet und uni sind ihre favorites so über das buch wollte ich gerne mit euch sprechen das ist juttas anleitungsheft ziemlich gute gute stücke ziemlich güte diese übpunkte in deutsch ne die haben mich immer schon kehrer gemacht also ziemlich gute stücke handgestrickt in tweet es sind ich nehme die kleine weil da sind beileger drin kommen wir gleich noch zu jutta ist extra auf die für insel gefahren mit ihrem mann und hat alles in eigenarbeit tatsächlich dort auch fotografiert mit völlig fremde mädels völlig fremde menschen die anschließend zu wirkliche freunde geworden sind ganz natürlich die natürlichkeit ist jutta ganz 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 wichtig und ich finde das passt wirklich hervorragend zu unserem westy option spinners garn die farben es sind ohne worte also wir haben eine strickjacke mit dem tweet mit den farben stony break und ich muss sagen ich weiß gar nicht wie oft wie oft diesen garten schon von uns verstrickt wurde gerade diese anleitung ich kann euch wirklich diesen buch empfehlen es gibt noch ein goodie dazu die jutta hatte ein pullover gestrickt in diese farben genauso wie es hier ist ist in die anleitung in diesem heft eigentlich nur ein pullover und weil so viele kunden gesagt haben das würde als strickjacke bestimmt auch sehr gut aussehen hat jutta ein beileger gemacht erst mal ein beileger mit welcher garten wir für den westy option spinners benötigen welchen garn man benötigt und ein beileger tatsächlich eine extra anleitung als goodie für diese strickjacke momentan oder ich habe ein karl ein nittalong gemacht mit als also ein poncho ein poncho von the knitter ich kann euch sagen das rutscht wirklich super von der nage es fühlt sich der haptik es ist griffig ist ein ganz tolles garn und wenn man so will ja es ist werbung die meisten von euch wissen oder die uns abonniert haben wissen dass wir die deutschlandvertretung haben für die westyorkshire spinners die wolle bekommt ihr wirklich in ganz ganz viele fachhandelsgeschäfte und in deutschland ich kann es euch wirklich empfehlen und auch dieses buch von jutta ist ist einfach toll bin auch begeistert davon ich könnte auch nichts anpreisen wenn ich es nicht selber mögen würde so dass so ehrlich wer ich ist und das ist aber das ist das sind wir und ich freue mich das wirklich vorstellen zu können wo man dieses buch bekommt seht ihr nachher in als link das buch kostet 14 euro 95 und es ist jeden penny wert ich wünsche euch einen ganz tollen tag noch und vielleicht sehen wir uns wenn wir uns in eine straße treffen in ein einkaufsgeschäft treffen oder in ein center in deutschland und wir haben alle beide das gleiche an also ich bin dabei diese strickjacke jetzt für mich in zeltgröße muss ja groß ich bin ja ein klein moppelchen aber für mich lohnt sich das und ich freue mich richtig richtig habt ihr schön ihr lieben tschüss